So, ein Safestate und dann nehmen wir uns den Endpass vor. Ich liebe diese Musik. Die ist übrigens auf meinem Kanal voreingestellt. Bei dem vorgestellten Video. Aber ich bin so blöd. Kanonenkugeln. Ich habe den schon so lange schnell gemacht. Bisschen aus der Übung. Aber den schaffe ich noch. Und zwar jetzt. So. Jetzt wird er ganz schnell. Und jetzt springt er. Und dann kommen die Kanonenkugeln. Man kann auch irgendwie so nur da stehen. Aber das riskiert ich lieber nie. Ach, wieso? So. Ach man. Kanonenkugeln. Zweimal jetzt. Und wieder die Krone. Und noch mal Kanonenkugeln. Und noch mal Kanonenkugeln. Das war knapp. Im Winter kommt übrigens die Insel zu sehen. Mit der Schnauze von Donkey Kong. So. Und noch einmal Krone. Und Geld schafft. Danke fürs Zusehen. Nochmal die Kredits. In tiefer Dankbarkeit. In tiefer Dankbarkeit. An. Ja. Sehr seltsam, oder? Sind das nicht alles Gegner? Aus dem Spiel? Ende? Nein. Haha. Nix da. Der rappelt sich denn da nochmal auf. Es ist kein K.O. Und weiter. Hui. Oh, nicht unbedingt schwer. Nochmal zurück. Und ein letztes Mal. Dann war's ja schon. Yeah. Banana. Von Nintendo. Gut gemacht, mein Junge. Hätte ich dir Grünschnabel gar nicht zugetraut. Ne ganze Horde Kremlings ganz alleine fertig gemacht. Da lacht das stolze Oberherz. Schau mal in deinem Lager nach. Da könntest du eine nette Überraschung erleben. Ja. Und was ist da? Hätte ich gespielt, hätte ich alles gefunden. Angeber. Der arme Donkey. Da gibt es sicher noch ein paar Bonusräume, die ihr übersehen habt. Ja, du altkluge Opa, du. Jihi. Ich hab wieder Bananen. So. Und das Ende. Die Mitspieler. Die Bösen Typen. Knordi. Neki. Neki. Army. Die sind schon mal Nelo. Zinger. Slipper. Geiler Name. Mankey Kong. Mini Neki. Böse Wassertüpen. Bytesides. Croctopus. Chomps Junior. Chomps. Chomps. Clambo. Squitch. Ja. Toll. Die Kremlings. Kritter. Yeah. Clump. Fettsack. Crash. Selber wie Kritter eigentlich, aber auch egal. Claptrap. Wok wok. Crusher. Die Bosse. Very Gnaughty. Master Neki. Green Bee. Green Biene. Really Gnaughty. Dump Trump. So heißt der Original. Nicht Herr Dumpfbacke. Master Neki Senior. Master Neki Senior. Und King K. Rool. Die netten Typen. Rambi. Schlievers. Expresso. In Garde. Winky. Squawks. Rocket. Flavage. Streuwe-p Benedict. Haben wir doch? Mit meinemcią gesund ist er! Ist das... 1-1ikanis in den rushes, aber gerade? Like, jetzt... Drift-Saal! Yeah, klatsch nochmal. Jetzt kommt Diddy nochmal, ne? Yes. Das war hart. Ja, sehr witzig. Ein Leben hätte mir genügt. Ich wäre schneller gewesen. Glaubst auch nur du. Okay. Kiefer Sutherland. Der hat also auch mitgemacht. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Es hat mir Spaß gemacht, mein erstes Projekt. Und ich finde, es lief ganz gut. Ja, und das nächstes mache ich da im Donkey Kong 2. Logischerweise. Ja, und dann sehen wir uns da. Ziehen wir uns da ein paar Kredits an. Mhm. Müsste gleich zu Ende sein. Ich glaube, das Bild da links, das haben die Sims auch in ihrem Wohnzimmer hin. Ich glaube, da haben wir sogar eine ganze Sammlung von diesen Bildern. Vom selben Bild. Weil Homer das immer kaputt macht. Ja. Und das dürfte es gewesen sein. Gut. Ich sage danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.